Auf die ganzen Fiekschnitzel! Fiekschnitzels Hallo Leute und herzlich willkommen zur 65. Folge Let's Bear on Blockland Jo, letzte Folge haben wir unter anderem einen Baum unter der Erde entdeckt und einen Kellerzug, äh, so, einen Gang in den Keller gebaut Genau Von unserem neuen Haus aus Und wir haben immer noch eine unsortierte Kiste Das ist echt schlimm Ja, so schlimm Mark Ich hab die Pfeile gehört Welche Pfeile? Ach, nix Weißte Boah, ich kann Zucker auch grad nicht schreiben Warum hast du Zucker? Achso Drei Mal Drei Mal Drei Mal Mhm In der Mitte Das ist eigentlich egal Oben oder unten Nur nebeneinander Nicht übereinander oder so Alter Ich renne dich grad ganz gemütlich entlang Wo Ja, wie wärs wenn wir unsere Zimmer mal einrichten Ich hab meins schon ein bisschen eingerichtet Ich auch Was? Ja, ich Krass Was soll das denn jetzt heißen? Ich Als ob du mal was einrichten würdest Guckst du Wo ist eigentlich die Tür von meinem Zimmer? Ähm, du hast keine Ich hab mir selber eine gemacht Äh Hat er etwa vergessen Türen einzubauen? Nein, die sollten wir selber bauen Wollte nicht, dass wir das ganze Haus so alleine bauen Jaxi Ja, Jaxi Ja, Jaxi Hm, sagst du jetzt doch ich dann fertig gebaut Du musst die scheiß Holzkiste Ach, da Ich lese nur Holz Zeug 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 Haha, ich kann mir eine Druckplatte hinsetzen Bei mir ist das nämlich nicht im Weg Hehe Boah, wie viele Sachen wir noch in der Kiste haben von Türen Also wie viele Türen wir noch haben, wollte ich damit eigentlich ausdrücken Oh, ich hab mir jetzt gerade eine neue Tür gemacht Äh, wir haben noch ungefähr 5 Stück Ich bin halt cool und so, ne? Genauso die Druckplatten, davon haben wir auch noch 2 Stück Ich habe eine Spinne Und ich höre ein Skelett Oder zumindest irgendwas, das gerade geschossen hat Ähm, ich glaube ich weiß noch, wer der Fall war Von dem Skelett? Ja, ein brennender Fall, genau Welcher brennender Fall? Genau, das ist auch gesagt Wer lässt eigentlich die Tür von unserem Haus stehen? Äh, offen stehen Wenn alles mögliche reinkriechen Ich lass die Tür stehen Ja, aufstehen war ich natürlich Hä, was hab ich hier? Oh scheiße, ich hab schon ein Bett Ey Ey, ich hab 5 Dollar bekommen für die Spinde gekillt habe Ich weiß Ja, ich wollte eigentlich grad die 5 Dollar mehr holen wegen der Spinner Ey, weißt du, Rente sind nicht Ich bin da auf Leto zu Ich kill die, kriege ich 5 Dollar für Ich dachte, die ganze Zeit das Plugin funktioniert nicht Ich so am konfigurieren Ich kill sind Monsters, funktioniert nicht Aber jetzt funktioniert es auf einmal Ha ha Aber das funktioniert Hm Mach mal 5 Euro Komm ich zu Ich will jetzt einen Zombie töten Ne, ich will, ich will Ich will, ich will Ich will, ich will Wie viel kriegt man für ein Zombie Lass mal in Momarena gehen Ja, Mann Ist so Oh, wir werden noch nicht Jetzt, jetzt wirst du Geld verdienen Wapp 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 Wieso? Dreht ihr mal jetzt? 2 2 Okay, ich wollte gerade fragen, welche Ich bin irgendwie da drunter, Alter Tank Hahaha Seht ihr es? Ich bin da drunter Hä? Ich hab's geschafft im Hohlraum zu sein Ey, lasst mich schreien Äh, wie wärs mit M&M und nochmal M&J Lass mich schreien Ja Ja Aber ey Weißt du, lasst mich schreien Muss sein Okay Ich bin bereit Na, ich bin bereit Ich bin bereit Wie kannst du dann bitte durch die Erde da so Ich bin auch bereit Ja, jetzt mach einfach Irgendeinen Lappen, ah Irgendeinen Lappen, ah Jaja Erstmal nochmal ne Verzaubern gehen Ja, man Ist so Ja, man, Schärfe 3 Rückschuss 2 Hammer Alter, was für mies Boah, ich werd reich, ich werd reich Jo, wir werden reich Hast du ne geile Rüstung, die ich jetzt hab einfach Und das witzige war ja, ähm, das hab ich noch ein bisschen umgestellt Eigentlich war das alles auf 20 Euro eingestellt Das war so krass übertrieben einfach nur Haltbarkeit und Haltbarkeit 3 und Rückstoß 2 Uh, das ist geil Schwupp Alter, wie weit die fliegen, wie geil Alter, 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 alter In die Hood In die Hood Ich übernehme die erste Schicht Boah, du schon wieder? Du schon wieder? Ja, ich schon wieder Armin, hast du grad wirklich, äh, Ritter, Knight genommen, also Ritter Nein, Tank Ich sah grad so aus War ich da echt so glitze Ich hab meine Rüstung so müß gleich verzaubert Alter, ich werd auch grad reich Für 5 Dollar auf 5 Dollar auf 5 Dollar Wo ist der andere hin? Alter, der Chat schon Ey, 7 Dollar für Pigments Die Pigments kosten mehr Ja, weil die auch viel schwieriger sind Jaja Wo ist denn unser Kollege grad hin? Oder weggefahren, keine Ahnung Hä, wo ist der? Ach, da hinten Ja, der, der verdient grad wahrscheinlich irgendwie Dumm und dämlich Ja, kann man sagen Ey, Curry King, kommst du rein Der Curry King Okay, komm mir helfen, Curry King Ist so Ist so Mh, jetzt sollen wir eine Runde Geld verdienen Oh, können wir die nicht Curry Schnitzel nennen? Nein, Curry Schnitzel Schnitzel Ey, Fisch Die Arme User Geht das verwecken Geht das verwecken Und gibt uns dafür, dass ich hier auch noch mein Brustpanzer, ey Boah, ich werde da irgendwas drauf Ich weiß nicht, wo ich sterbe Boah, ich wird rein Ich weiß nicht, wo ich sterbe Boah, ich wird rein Mob-Arena Ich weiß nicht, das heißt das einfach nur noch so real life ich gearbeiten Ach, in die Mob-Arena gehen Minecraft in real life Das wär so hammer Ist so Da könnte ich jeden Tag bringe ich gearbeiten Nicht einfach in die Mob-Arena ein paar Mal Ein bisschen sterbe Hm, ja, ja Ist so Wenn man stirbt, dann ist das ja eh egal Ja, ist ja auch normal Vielleicht könnte ich von der Brücke springen Von der extrem hohen Brücke Ich bin zwar einmal tot, aber hab das schon immer Man lebt ja immer wieder Das heißt nicht mehr YOLO, sondern irgendwie You only live, äh Unlimited Keine Ahnung YOLU YOLO Das heißt ja genau, das heißt einfach der nächste YOLO 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 YOLO, ich denke im Spillnetz fest Alter, Fu, wie die Skelettern die ganze Zeit hin und her stupsen, ey Alter, Alter, mein ganzer Chat ist zu gesperrt mit You have been earned 5$ Oder 7$ Je nachdem, was ich möchte Ey, der schuft mich ganz schnell wieder ein Alter Ich komm nicht raus Ich geh in zur Ausgabe Oh ja, jetzt Oh YOLO 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 Oh tatsächlich für die bekommt man ja 7$ ich bin drin aber ich komme nicht hoch achten wer das kommt vorgeklaut ja und es furchtbar ihr kennt jesus kommt ja ihr könnt es gerne über eigentlich gar keine befehle nutzen in der europäule sicherheit und möglich das wort machen kann oder ähnliches oder von der tp hat mal eine reine schmuggeln mit nur übelsten rüstung und so ich hätte gerne noch mal ein shirt und was anderes drauf ich habe jeder feuerschutz schutz halbwegs die dornen zwei die schnitzel so viel schnitzel er ist es nicht jetzt getrunken nein überhaupt nicht ein neid durch die schnitzel das ist sogar wie ich das aussprechen das war alles gut das ist nicht nur die schnitzel die schnitzel die schnitzel die schnitzel als ich habe ich verdiene irgendwie ein bisschen geld so ein bisschen er bei mir auch er mag du musst einfach nur die kids die du hast mal fünf oder müssen mal sie rechnen ein bisschen als du mal fünf da hast du jetzt schon über 500 euro er hat einfach mal sechs rechnen dann passt das auch ok 600 irgendwas euro fein das mag das das ist ja noch nicht mal viel was wir letztens hat sich immer rekord genau 1024 und das dann mal verheiratet 06 3 das ist ganz schwierig wie der ewigkeit muss man wieder arbeitet oder gamer high end gamer pc irgendwie mehr probleme mit zombie apokalypse und so schulden hätten ich bin draußen neues leben ist das aktuelle leben ist eigentlich so dass die mann lille man kann nichts irgendwie an addons installieren ja genau das leben bisschen jungen wird bei der karte komm hinterher komm hinterher komm 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 ich hab'n Bogen wo kommt wie geil ist das denn ich hab auch keine pfeile das bringt sie also nicht die Belohnungen auf den also so kies und so was braucht keinen Wunsch ich komme doch nicht kommt nein ich komme nicht hoch Prozent Prozent Kürbungsgelder Kürbungsgelder tötet bestätigt im kostet ihr nicht mehr Dollar sondern 2.000 als Kürich im Ort noch da die St jetzt das schnitzel verloren oder noch nicht das schnitzel ist noch da bitte willst du übernehmen ich habe zwar gerne das leben aber ich lass dich mal das schnitzel unsere folge guckt nicht gegen dich schnitzel schnitzel er hat den Namen der Städte er war später darunter der schnitzel kommt wieder hoch das ganze nicht schnitzel die wohl sich nicht verlieren wir brauchen dich aufräumen 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 die schnitzel wieder hoch wir müssen das schnitzel retten das ich sehe nur noch ja geht 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 mann der Städte ich fühl mich ein bisschen so wie dieser Krebs irgendwie jaja geht 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 das das hoch wir haben das Schnitzel verloren ich komm nicht hoch ich komm nicht hoch ich komm nicht hoch ich bin hoch ich bin oben ich halte Weg frei ich halte Weg frei ja ich bin hoch ich habe oben alles sauber gemacht wow Hilfe Hilfe ich bin draußen ey ich halte dir den Weg frei das schulde ich dir doch ich bin draußen ich bin draußen ich halte dir den Weg frei von dieser Weggeld ja das tue ich Scheiße ich kann mich nicht bewegen ja genau weiter 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 immer am Rand vorbei immer am Rand vorbei immer am Rand vorbei ja komm ich halte dich Treppwurze frei Alter man beeil dich ich hab zwei Herzen ich bin leer zwei Herzen zwei einen nein komm schon oh scheiße wir haben Leto verloren naja passt schon ja passt schon Geld verdienen ich hab mich gerade hier hin da hin ich bin hier rein ich bin da rein okay ich nehme den hintereingang das sind auch immer ein Monster oh scheiße ich bin drin ich bin drin ich bin drin ich bin drin ich bin oben ich hab ne Runde ich hab mein Schmerz verloren Scheiße was ich hab das sonst endlich rausgemacht aber ich hab sie da aufgesappelt ich bin versichert oh 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 alter räum mal ein bisschen auf man ich komm gleich wieder ja warte ich muss gerade den Dachbund oder den Raum oben aufräumen wir sind überall Spinnen Sekunde jetzt räume ich den Raum unten auf ich hab aber nur noch die Hälfte meines Lebens oh 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 drei Leben sorry kann ich dich aufräumen ich bin wiederum bin wiederum kannst du sie übernehmen oder soll ich? ich übernehme auf die ganzen Viech-Schnitzel 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 auf die Viech-Schnitzel alter, man verdient sich nur dumm und dämlich ey wie gleich die Gäte ist ja ja ich auch what the fuck alter oh du 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 da weg schnitzel 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 Jo, ich bin langsam down, irgendwie. Ja, okay, ich übernehme. Weg mit dir. Weg damit. Wow, 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 wow. Ich werde natürlich weggeschlagen wie sonst noch was. Ja, ich helfe dir. Ja, schlafen. Ich habe fast volles Leben, aber Alter, die Lebensanzeige ist so ein bisschen verdeckt. Weißt du? Ja, schluss. Die ganzen Fiekschnitzel. Ich verdiene zu viel Geld. Das nervt langsam. Ja. Leute, beschweren sich dann später nur noch, weil sie zu viel Geld verdienen. Das spammt man. Alter, das bringt doch keiner. Wieso sollte man sich beschweren, dass man zu viel verdient? Vielleicht auch nur spammt. Ich habe 24 Gold und eine Güterlohre und zu viel Kies und Erde. Das will ohne Nerven. Kannst du nicht einfach nur die wertlosen Sachen ausstellen? Aber wie in sowas wie Kies und so? Das ist so eine geile Belohnung. Ja, genau. Hast du eigentlich noch alle Rüstungszellen? Ja, hast du. Ich habe noch nicht, ich habe ganz kurz hochgeguckt zu dir. Du hast noch alles. Ja, du auch. Das ist gut. Das ist beruhigend. Ich sehe meine Anzeigen nämlich nicht mehr so gut. Ich habe nicht mehr so gut gebraucht. Ich gehe jetzt nur zu viel. Worciewicke zum Beispiel. Oh, Pickzall. Aber man hat so einen Verlauf, was man alles getötet hat. Ja, hat ziemlich viel. Das Schnitzel ist abgehauen. Zombies und Zombies und Zombies. Ich habe ganz kurz gesehen, wie das Schnitzel weggegangen ist. dann weil sie das ist gehört dazu wo ein skelett krass die kommen hier ein das klettern die voll selten von diesem wie das meister zwischen ich bepick zum wie als er da kommt so nicht mit der spinne ich krieg weg schnitzel spinne genau mit dem die nicht so in die augen heute mit den acht augen er hätte ich meinen also die zum wiener bei einer anderen die kreise die kreise leute ich habe auch nicht so die beine ja ich habe es gesehen unfreundlich geht doch mal auf armin ich hatte gerade wo gesagt weil ich so in richtung ausgang geflogen bin aber zum glück nicht raus ich würde mal sagen wechsel ich habe noch drei leben alles klar ja das ist irgendwie scheiße nach dem op-arena weißt du so Finger so drauf und drauf und drauf und drauf und Geld verdienen Geld verdienen weiter diese ganzen XP gehen lassen naja es geht ich hatte ich hatte eben ich hatte 30 Level ich habe mich komplett ausgegeben für das Schwert 2,5 9 3 2 Leben 2 Leben ok ok ich übernehme ich übernehme ich bin ziemlich krass aufgeräumt ich sollte auch nicht ziemlich krass aufräumen sollte es hier oben einfach nur frei halten alter 395 kill jetzt schon so fast 400 400 400 alt die anzeige sieht man einwandfrei aber was lebensanzeige so höhe wo ist die oder 3 Leben oder so aber übernehmen es ist weil eben ich bin ich übernehme ich bin ich brauche zwei lebt zwei lebt nicht gut nicht gut ihr wechselst ich bin auf die die Kinder sind er ich habe so viel Leben das sind da das Dach noch freikämpft mit kann mit ihr so alt ja ich versuche nur das die Tasche frei zu kämpfen Ach du Scheiße! Das heißt auch du Scheiße! Wow, halbes Leben Scheiße, ich bin raus! Ach du Scheiße! Alter, da chillen voll viele Pickzombies in dem Verzauberungsteil! Sechs Pickzombies! Nein, sieben! Alter, wenn jetzt da was verzaubern gehen wolltest, ne? Hast'n kleines Problem! Weißt du, rennt da erstmal so ne kleine Pickzombie-Sturm-Truppe auf sich zu! Warum brennt auf einmal alles, wenn ich alles steige? Eben hat nicht alles gebrannt! Ich weiß nicht! Nooooi! We tooken! Nicht was? Was? Hä? Ich hätte schwirren können, dass da eigentlich Rückstoß 2 und Schärfe 3 war! Und jetzt ist da Verbrennung 3! Also... Nooooi! Das hört sich jetzt aber auch gesagt an! Ohne Scheiß! Das ist eine Videoaufnahme! Videobeweis! Das ist nicht schlecht! Boah, das bleibt jetzt alles! Ohne Scheiß! Ohne Scheiß! Ohne Scheiß! Ohne Scheiß! Da sind die Lichter los! Woah! Chillt, nein! Oh, 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 oh! Nein! Hä? Diesmal hab ich keine Falle in mir stecken, okay. Wie viel Geld hab ich jetzt? Ich glaub, da hatte ich noch vorher ziemlich vieles. Ich hab 56.000 Euro. Was? Was? Ich muss mal gucken. Warte, ich muss mal gucken. Wutdafuck, ich hab 32.229! Geil! Geil! Also damit verdient man sich echt dumm und dämlich. Ja, kann sein. Ich hab die behinderten Belohnen, die ich bekommen kann. Stirbspinne! 5 Dollar verdient! Tschüss! Muhahaha, ich hab 5 Dollar verdient! Muhahaha! Yeah, ich hab ein Minecraft bekommen! Freut man sich doch! Yay! Klater! Ich hatte sowieso einen Minecraft dabei. Eine Schaufel. Äh... Ah, Eisenbahn. Natürlich falsche Kiste. Ich finde Schwerter, wir haben... Mann, wer das hier alles Zeug genannt. Armin! Ich weiß nicht, vielleicht du? Echt? Ähm, da ist irgendwie ein Zombie in unserer Hut. Vorletos Tür. Ja, Flör, wir müssen hier Blöchung einschalten. Ja, ich bin... Ich hab das nur gerade von draußen so gesehen. Geil. 5 Dollar. So. Verdammt, ich wollte mir grad die 5 Dollar holen. Okay, Leute. Ihr habt gesehen, wir können jetzt... Oh, ihr könnt jetzt ziemlich viel Geld verdienen. Jaaa... Wenn ihr gut seid. Aber ne, bei uns ist ja jeder gut, wenn er nochmal mal rein hat. Weil... Ihr seid auf Blockland. Ihr habt 5 Dollar verdient. Ihr seid der Ottomanschgut, wenn ihr auf Blockland spielt. Naja, klar. Ja, klar. Yeah, ja, klar. Normal. Ja, dein Part. Dann bis zum nächsten Mal, wenn Sie da heißen. Ja, klar. In der Nähe, weil Sie da sind. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar.